Das Reisewetter am Freitag, 27. September. In Budapest wird es wolkig und sonnig bei 28 Grad. In Debrezin wird es windig, sonnig und teilweise bewölkt bei 28 Grad. In Gür wird es bewölkt, sonnig, mit minimalen Niederschlägen und maximal 22 Grad. In Hewies wird es sonnig, bewölkt bei 26 Grad. In Peach wird es sonnig sein und die Temperaturen werden voraussichtlich auf 30 Grad steigen. In Saget wird es sonnig bei Höchstwerten von 31 Grad. In Mischkuls ist es bewölkt, mit einem Minimum an Sonnenschein und einem Maximum von 26 Grad.